er ist so er hat was die tue für ein scheiß japan für das erste wort du Arschloch er wird ja also wir sind wieder da also wir haben es nicht so finden nur weitergebunden jetzt immer auf Ebene Prozent der Städte nun er wird es nicht so gut sobald und Gänge und Böbeln und Höhlen und Eilen und so ne ich bin das Geekaninchen boing boing auaau ja komm los geht also wie kommt noch mal das Ding jetzt ja wir werden das noch aber auch der Gitarre gehalten so zwei Reihen noch mal in aller Richtung zwei Reihen das 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 ist natürlich viel spannender echt ja er macht uns mal eine kleine Unterkunft dann werden wir in verschiedene Richtungen buddeln so wie wir es schon mal gemacht haben den alten Dirk der Gärten wir haben das gefunden ich will es nicht nur noch und er hat aber gefilmt ich habe es jetzt der Vorraum angeboten stück Prozent die Welt mit der Sputte Leidenschaften aber praktisch ist Prozent jetzt habe ich mal drei Steinspiegeln gemacht und eine Prozesse kommt mir doch noch treuend okay gut so gut was machst du eigentlich du siehst du ins Mikro daraus nö ich nehme mich nicht mehr weil ich so okay alles klar so genau machte kraften bei eben woanders sind machte man da die ecke wir werden jetzt hier erst mal bei ihr wissen ja so eine ebene wie diamanten denn ja deswegen werden wir jetzt hier auch von hier aus buddeln oder wie bekloppten wo man damals war öfen rein das wurde achs abbaute homo da ich möchte dich wie kann man ja hier zu den Bauern die ecke hier ein wochen kann man und einleitend auch noch ein Hünder was soll sich genommen in der Kirche vierstücker noch kein Korn der Menschen sind gemacht so er kann doch nicht mehr und das ist total sinnlos was du machst Wieso? So, ähm... Ich erklärt, äh... Na, denn ich bin hier mit dem Dorfspudeln geradeaus. Ja, aber das, äh, wenn wir mit dem Mann finden wollen, ist das schlau, wenn man zum Beispiel einer krebt sich hier geradeaus lang, gell? Und einer hier. Ja, so wie wir schon mal gemacht haben. Ja, weil dann finden wir, dann seh, dann... Weißt du, wie ich meine, das ist besser. Weil dann seh, dann haben wir mehr Fläche, was wir jetzt auch sehen. Ist okay, ist okay, ist okay. Aber was ich jetzt schon merke, dann müssen wir hier nochmal was wegruppen, damit es identisch aussieht. Ich brauche es mal irgendwie, ich brauche es mal, ähm... Ich mache nochmal eine Reihe weg, damit es besser aussieht. Ich mache jetzt gerade mal schnell ein paar Fackeln. Ich meine, ich kriege zwar nur nicht viele raus, aber ich meine, ich brauche 20 Stück jetzt, ja. Ich hab 8, ja. Ich hab mir gerade welche gemacht, aber ich hab mein letztes Holz benutzt. Okay, scheiße, du krabst gräbst dich in der Pfanne hier, du dumme Kuh. Dem, also das wird es nicht sehr spannend hier. Könnt man eigentlich wieder schneiden. Wollen wir schneiden? Ich weiß nicht, ne, ich werde, wenn ich jetzt aufhöre, mit der Aufnahme, ich hab Kohle. Wenn ich jetzt aufhöre, dann findet man sofort Diamanten. Und dann geht's nochmal weiter. Naja, Diamanten bringt aber jetzt nicht viel, da wir keine Eisenspizza gehabt haben. Bei uns wär trotzdem mal ein Erlebnis. Ah, warte mal Gott, hast du gerade, hast du gerade ein bisschen Kohle da? Ja, ich würd grad sagen, komm schon mal das Eis in den Ofen schmeißen. So, tu es einfach mit hier rein, ich hab zwei Stück Kohle. Ich hab keine Kohle mehr mit. Doch, ne. Aber hier ist Kohle. Ich brauche noch ein bisschen Kohle ab. Spannend, wir haben ja eigentlich... Also wir bauen uns jetzt so lange, bis wir irgendwas gefunden haben, vielleicht eine Höhle, sonstige, so was halt. Äh, ich könnte jetzt ein bisschen hinziehen, am besten wir schneiden jetzt einfach, weil... Ja, okay. Ja. So sparen wir ein bisschen Zeit. Gut, wir schneiden, bis wir was gefunden haben, also bis dann, Jungs und Mädels, und... Warte, ich muss das letzte Kohlestück noch abbauen. Das ist wichtig, Kollege. Ne, ich hab auch Kohle gefunden. Okay, also dann bis gleich, Leute. Ciao. Bis dann. So, ähm, wieder zurück. Ähm, wir haben was gefunden. Wir haben ziemlich weit gebuddelt, wirklich übelst weit. Also wenn wir nochmal zurückgehen, unglaublich. Ja, also hier haben wir uns lang gebuddelt. Ich hier lang, Flo hat sich hier lang gebuddelt. Und da haben wir was gefunden. Ja, das hat uns richtig lang gedauert. Also hier ist auch Eisen. Na, den nehmen wir gleich mal mit, ja. Ja, nehm, du, du sagst, ich guck schon mal weiter vor. Also wir sind jetzt auf so einer Ebene, wo man ziemlich viele Diamanten findet. Und wir haben auch ziemlich viele gefunden. Seht ihr dann? Also was heißt ziemlich viele, aber... Aha. Und, ähm, okay, hier ist nichts weiter. Oh! Toll, die Höhle, da wird doch richtig monsterfett, alter. Sam, wo bist du? Ich bin weitergelatscht, aber da hinten ist der Gasse. Komm, ich hier. Hier geht's auch hoch, gell. Guck mal, ich hab hier so geguckt. Guck hier. Und wenn du zurückguckst, siehst du, dass da oben da oben noch weitergeht. Oh. Hm. Da oben ist auch... Lalalala. Also komm, sonst haben wir jetzt echt genug. Ja, das stimmt. Das ist echt... Okay, das ist eine richtig fette Höhle jetzt hier. Hier ist Eisen, Eisen. Wo? Was? Achja, hab ich schon gesehen. Ich bin nur geschickt dran vorbeigelaufen. Ey, ist echt ne... Ich glaub nicht nur ein Riesenvieh, was wir gefunden haben. Ich glaub, jetzt haben wir viel Spaß. Ja. Also wir haben ungefähr... Wie viele Diamanten haben ungefähr... Was denn? Naja, hier, ein Zombie. Da macht mich grad kalt. Ja, also wir haben ungefähr so... Na, ich denk mal so... 15 Diamanten gefunden. Aber die haben wir noch nicht abgebaut. Ja, wir haben die extra für euch da gelassen. Und ich finde, ihr denkt, wir schicken oder so'n Scheiß. Ja, die bauen wir dann mit euch zusammen ab. Oh, wenn die Eisenbissack gleich kaputt ist. Aber ich denk mal, für 10 Diamanten wird es ungefähr noch reichen, oder 15. Ja, einen haben wir schon abgebaut. Einen hab ich schon. Ich finde, ich hab gerade ein bisschen Eisen gefunden. Noch ein paar. Ah, du armer. Da oben ist nichts mehr. Okay, dann geh ich mal jetzt hier weiter. Also wenn wir Kohle brauchen, gehen wir aber wieder in die Höhle rein, gell. Da ist ein Zombie. Da mach ich mal kurz neue... neue Facke. Neue Facke. So, Facke. Hier unten ist ein Zombie, gell? Achso, okay. Da läuft der echt um die Ecke. Ah, ich bin tot! Oh. Oh. Äh, ich komm so schnell wie möglich zurück. Lass mein Zeug am besten liegen oder sammelt ein, oder was? Ich weiß, ob du's wusstest, gell, aber ich hab dich gekillt, gell. Naja, ja. Weil du genau davor gerannt bist, dem Kuh. Oh. Ich weiß, wie weit ich jetzt latschen kann. Ich kann dein Zeug ganz einfach mal in den Tau voll ist. Na, was soll's. Oder? Ah doch, ich hab meine in den Tau gefüllt. Hier kommt das sonst und so. Also, du müsstest mal ganz schnell herkommen, weil ich dein Zeug nicht aufsammeln kann. Ja, aber das ist halt ganz schnell, weil der Gang ist voll lang. So, ich glaub, ich bin jetzt gerade im Gang. Könnt du nur deine drei Diamanten aufheben und bisschen Kohle, weil ich das schon vorher hatte? Ich glaube, ich hatte den ersten Diamanten vorbei. Jetzt kann ich nicht gucken, ich glaub, ich glaub, es ist doch dein Gang, da seh ich, ob Diamanten hier sind. Okay. Hier sind die zweiten Diamanten. Aber wie ich das so sehe hier, also... Viel wird man es nicht verlieren, wenn du es nicht mehr schaffst. Auch müsstest du es eigentlich schaffen. Ich warte jetzt hier. Müsst du eigentlich bald da sein. Oh, hier ist ein Schankfehler. Äh, ist hier aber keine Höhle so weit und breit. Okay, doch. Oh, übelst viele Löcher. Und Höhlen aber viel, 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 viel weiter links. Von uns. Creepers down, yeah. Ich guck mir, ich geb grad übelst Gas, aber... ... nicht so einfach... ... macht es hier zu finden. Ich höre nicht Spinnen. Boah, der wird da auch noch mal lang. Ich seh kein Ende, ey. Ich glaub da ganz, ganz hinten ist das Ende. Ganz, ganz hinten. Ne, immer noch nicht. Ich denke mal einen Schluck, so lange wie hier. Also langsam musstest du da hinten machen, geh. Hm. Ich renne die ganze Zeit durch den Gang dort. Jetzt ist das Ende. Ich hab's gefunden. So. Jetzt komm ich hier in die Höhle rein. Ich glaub hier hoch müssen wir. Muss ich. Oder? Na hä? Siehst du meinen Namen irgendwie? Ja, ist ja dein Name. Komm hier hoch. Ah ja, stimmt. Geh weg. Beil dich. Mal, Sprengpuff hätt ich gern mitgenommen. Scheiße. Ach du hast mitgenommen. Gut. Ne, nicht hier lang. Hier hoch. Irgendwie. Hier liegt. Ich seh's. So, wenn irgendwas fehlt, sag Bescheid. Brauchst du irgendwas? Ich hab... Warte, ein bisschen Kohle geb ich dir mal hier. So, nimm das. Ja, und ansonsten hab ich nur dein letzter und hab ich ihn so. Das brauchst du ja nicht unbedingt. Hab ich noch das Eisen? Kies. Eisen hab ich jetzt 38 Stück. Ja, du hast meins mit eingesammelt. Ja, ich weiß. Ich hab nicht kein Eisen mehr. Bei Eisen haben wir wirklich sehr wenig gefunden irgendwie. Ja, das ist echt komisch. Wir haben echt wenig Eisen gefunden. So, komm weiter geht's. Ach, deinen Helm hab ich glaub ich aufgesammelt, oder? Ne, ne, den hab ich auch. Gut. Pilze, ich bin mit Pilzen, Alter. Da sagst du gleich wieder ein, du, du, Kuh. Ja, ich weiß. Das hab ich auch wieder was gespüßt. So, ich geh mal dahin. Oh, mein Gott, aaaaaaaaah. Boom. Gut, dass du ein Stück schon mal davon mir weg warst. Weißt du, wie ich da frocken bin, Alter? Weißt du, wie ich da frocken bin, Alter? Ich rein um die Ecke, boom, tot. Ich geh's mal weiter, gell. Gut, so, ich bin fertig. Ja, komm mal mit hier, weil ich hab ja schon alles erkundet. Hier ist nix mehr. Du hast noch, äh, meine Fackeln hast du noch? Komm mal her, jetzt komm mal her, Alter. Da unten ist nix. Ja, ich muss dich bis zu selber machen, ja. Hier oben geht's weiter. Leck. Da, da kommt ne Spinne angerannt. Komm hier hoch. Da hinten sind zwei neue Gänge. Ich nehm mal kurz das Eisen hier mit. Ah, da hinten ist noch... Bogenschütze. Wo? Ach, bei dir. So, ich nehm mal, ich ne, äh, wenn die Spinne siehst, kill die am besten mal wegen den Dings, damit wir mal ein paar Pfeilen, bisschen Pfeilen und Bogen bekommen. Hab ich das gar nicht gesehen hier mit dem Bogenschützen. Ach, nehmen wir eigentlich schon wieder auf, ja, gell? Ja. Ähm, ich bin hier gerade irgendwo, im Nirgendwo. Okay, das ist schon mal ne billige Sackgasse. Dann komm hier lang, Stan. Oh, schön viel Eisen, schön viel Eisen, Stan, schön viel Eisen. Hier ist ein bisschen was. Und hier... Hier... Hier ist auch Eisen. Ja, ich war jetzt bis vor erinnern gegangen, gell? Ja, gut, da hin war aus, das hab ich auch schon gesehen. Das, bla, 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 li, 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 li. Das bringt echt nur, um ein bisschen Wolle zu färben, und so, das bringt uns gar nichts. Mach mal hier bisschen weg. Du weißt, ich glaube, ob ich glaub das... Oh mein Gott! Zwei, äh, zwei Creeper, ein Zombie. Das wär schon mal schön. Ja, du bist... Ich hab den voll mit nem... Ich warte... Gut. Warte, komm noch einer. Na komm her, du... Ich hab das Wetter besteh, Mann. Der hat noch ein Grieber, warte, der nicht rausgeht. Oh mein Gott! Waaah! Gut. Heilige Ohr! Heilige Ohr! Hier ist, ähm... Eisen. Du hast genau das Eisen an den Dings gemacht, also andersrum. Ja, okay. Oh mein Gott! Lebst du noch, Stan? Ein halbes Herz hab ich noch. Ich hab ganz schön Mehl gehabt, Alter. Okay, hier unten ist nix mehr. Doch Gold, Stan! Gold! Gut! Ich mein, das können wir auch mitnehmen. Ich meine, das ist nicht verkehrt. Nur ein bisschen sichern. Ja, ich würd grad sagen. Ein bisschen sichern wäre besser. Alter! Jetzt ist wohl auf einmal ein Standbild, geh auf einmal bumm! Ähm, kannst du's abbauen? Ja, aber die... Wie gesagt, gell, das ist... Ich glaube, das ist dann das Letzte, was ich abbauen kann. Ja, das ist auf jeden Fall das Letzte. Mehr kannst du nicht mehr machen. Oh, das wird knapp. Oh, Alter! Äh, das musst du mitnehmen, das Gold. Ich kann's nicht mehr aufheben. Na, ich hab halt ein halbes Ende mit heute. Jetzt eingesammelt. Ich hab ja einen ganzen verfickten Homostein, hey. Ich glaub nicht, dass da noch weitergeht. Nein, aber hier ist Eisen. Ach so, okay. Oh, hier um geht's weiter. Das sieht man so gar nicht. Na, toll, auch noch Lava. So, gut. Wo war in der anderen Richtung aus? Hier um geht's weiter. Ach, auch noch Lava. Ja, ich weiß. Äh, gut. Geht's um weiter... Oh, ja. Komm her. Ja, da ist noch ein großer langer Gang, hier. Da, wo du grad bist. Hier ist eine Redstone, kann man das abbauen? Nee, ne, Eisenspezial gebaut, ja. Ja. Pass auf, Zombie. Hm, hab's schon gesehen. Lass doch mal Eisen dich grad. Siehste, jetzt seh ich das grade, gell? Hätte ich diesen Lederhelm, dann wär ich jetzt tot gewesen. Bei diesen Creeper grade. Ja? Ich hatte ja nur noch ein halbes Herz, ne? Und dann hätte ich, ich glaube, wenn ich den Helm nicht hatte, wär Feierabend gewesen. Hm, stimmt. Ja, stimmt. Da sieht doch mal, was das bringt. Weil ich den guten gebaut hab. Ich hab den von Bob der Baumeister geklaut, den Helm. Bob der Baumeister. Mh, 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 mh. Okay. Mh, mh, mh. Mh, mh, mh. Mh. Mh, mh. Mh, mh. mir um war doch wohl die Höhlen-Turkrat sehr interessant ist Wasser um ein Gott mit dem Kumpel und das ist das das sieht aus wie die Schlucht er meint doch nicht bald schlucht als gleiche dann muss man irgendwie probieren das Wasser auszumachen und das so hell guckte mich ist noch Gold ich will wissen dass er noch das Lauer und da oben mit dem Wasserhundern gestimmt denn kommen wir probieren das mal in die lang zu gehen da oben ist Gold auch vorhin gesagt so noch kurz neue Fackeln machen ich bin auch der Homo Girl Aldo er macht doch mal das f***te Wasser aus ich hab da oben ist gar nichts also ich brauche Eis hat sich doch ein bisschen gelohnt äh Steining muss mal ganz kurz weg ist ok toll ey was soll ich mir da erzählen ey